11. Kapitel Hohenziesar Der Ausflug zu Drosselstein war auf zwei Uhr festgesetzt worden. Schon vorher hatten sich Bernd und Bamme verabredet, den Weg ihrerseits zu Pferde zurücklegen zu wollen, der alte General auf seinem Schettländer. Ihnen gesellte sich Tubal, der nach dem Vormittagsgespräche von einer ihm selber unerklärlichen Scheu befallen war, die Fahrt an Renatens Seite zu machen. Er schien unsicher, welchen Ton er anzuschlagen habe. Oder war es ein anderes noch? Die Reiter nahmen einen Vorsprung, sie konnten indes den Stein vor Mikleis Mühle kaum passiert haben, als auch schon das Schlittengespann vorfuhr, das die Geschwister samt Grell und Hirschfeld nach Hohenziesar hinüberbringen sollte. Jeze stand mit Decken und Kissen bereit, Lewin nahm die Leinen und einen Augenblick später zogen die Braunen an und trabten die stille Dorfgasse hinauf. Das Klingen der Glöckchen mischte sich mit der Heiterkeit unserer Reisenden, von denen Lewin auf der Pritsche ritt, während der auf einem bloßen Brettstück untergebrachte Grell die beständige Versicherung von der Bequemlichkeit seines Rücksitzes durch ein ebenso beständiges Hin- und Herrutschen widerlegte. Am plauderhaftesten war Renate. Sie fühlte sich glücklicher denn seit langem. Dasselbe Zwiegespräch, das in Tubal verlegen nachwirkte, war ihr über Erwarten hinaus eine Quelle des Trostes geworden, was sie dem alten Geheimrat in der Bohlstorfer Kirche gesagt hatte, »Du pochst nicht an die rechte Tür.« Das war damals wie zu jeder Zeit der Ausdruck ihres Herzens gewesen. Solange sie Tubal liebte, hatte sie auch der Zweifel begleitet, ob ihre Liebe von ihm erwidert werde. Und dieser Zweifel, quälender als alles andere, war nun von ihr genommen. Er liebte sie. Was bedeutete daneben die Frage nach der Dauer oder nach der Treue seines Gefühls? Was war verglichen damit die bloße Zukunftsfrage, werd ich glücklich oder unglücklich sein? Jetzt war sie glücklich. Und ein verbleibender Rest von Furcht, der sie leise durchschauerte, steigerte nur noch das Hochgefühl des Augenblicks. Ihr war, als schreite sie durch einen Wald, aus dessen Tiefe es dunkel und bang geheimnisvoll erklinge. Aber was ihr die Nähe bot, das war Licht und Sonnenschein. Und jubilierend erfügelt. Lewin hatte Recht, der von helleren Tagen. Und die Schorlemmer hatte Recht, die von lauter Hochzeitszügen gesprochen hatte. Marie war eine Schwarzseherin, und sie selber war es mit ihr. Aber das lag nun zurück. Sie war es gewesen. Diese glückliche Stimmung zeigte sich auch in der Unbefangenheit des Gesprächs, das sich bald um den Grafen zu drehen begann. »Ist er mit den ostpreußischen Drosselsteins verwandt?« fragte Hirschfeld. »Gewiss, er gehört Ihnen zu«, antwortete Renate. »Und es ist ein glücklicher Zufall, dass wir ihn trotzdem in unserer Provinz haben.« Er erbte Hohenziesa in den ersten Jahren seiner Ehe und bezog es, um in der Nähe des Hofes zu leben. Es war aus Rücksicht gegen seine junge Frau. »So ist er verheiratet?« fragte Hirschfeld weiter. »Er war es.« Die Gräfin starb. Erst Abzehrung, zuletzt ein Blutsturz, der sie tötete. Sie war sehr schön. Eine Gräfin lieven. Als sie starb, verbarg sich der Graf vor der Welt. Er war nur dann und wann in Dresden, und es hieß, dass er zum Katholizismus übertreten werde. Die Drosselsteins zählen sonst zu den festesten Protestanten. Auch wohl der Graf. Aber es gibt Lagen, so wenigstens sagte die Tante, der ich auch die Verantwortung dafür zuschiebe, wo der Protestantismus versagt und der Katholizismus das Herz weicher bettet. Und in einer solchen Lage war der Graf. Man behauptet es. Lewin mag Ihnen davon erzählen, es ist eine romantische Geschichte, und romantische Geschichten sind sein Steckenpferd. Übrigens alles in allem, ich glaube, was man sich erzählt. Sie werden das Bild der Gräfin sehen und mögen dann selber urteilen. Es hängt in dem Empfangszimmer. Eine blassblaue Rube mit weißen Rusen besetzt. Nur eine, dicht über dem Gürtel, ist dunkelrot. Und das Bild wurde doch zwei Jahre vor ihrem Tod gemalt. Sonderbar, sagte Grell, der sich inzwischen auf seinem Rücksitz eingerichtet hatte. Ja, das ist es. Aber es überrascht den Hohenzieser weniger, als anderswo. Das Schloss ist reich an Sonderbarkeiten, darunter ausgegrabenes aus Herkulanum und Pompeji, Persetten und Broschen, und denken Sie sich eine Nagelschere. Der Graf war lange dort und hat alle diese Dinge mitgebracht. Und ich werde mich freuen, Sie kennenzulernen, entgegnete Grell, möchte jedoch der prophetisch gemalten roten Rose den Vorzug vor allem anderen geben. Und darin haben Sie recht, erwiederte Renate. Und auch darin, dass Sie mich an mein verlorenes Thema mahnen. Die pompejanische Schere schnitt mir den Faden in zwei. Aber wovon wollte ich sprechen? Ja, von sonderbaren Bildern in Hohenzieser. Nun, auch davon ist die Hülle und Fülle da, so zum Beispiel ein Bildnis der weißen Frau. Der weißen Frau, riefen Grell und Hirschfeld a tempo und mit einer Lebhaftigkeit, als ob ihnen dieselbe bereits erschienen wäre. Dann setzte Hirschfeld hinzu, aber seit wann lassen sich die Gespenster porträtieren? Nein, lachte Renate, so Pikantes darf ich Ihnen freilich nicht in Aussicht stellen. Es ist das Porträt eines schönen Hoffräuleins aus den letzten Regierungsjahren des großen Kurfürsten, Wangeline von Burgsdorf. Sie starb jung und musste als weiße Frau umgehen, um ihre Schuld im Tode zu büßen. Natürlich eine Liebesschuld. Hirschfeld lächelte, Grell aber, der alles etwas pedantisch nahm, wiederholte den Namen Wangeline von Burgsdorf und setzte dann hinzu, ich war der Ansicht, dass es eine Gräfin von Orlamünde sei, auf der Plassenburg heimisch und wenn ich mich nicht irre, auch auf dem Bayreuther Schloss. Es ist mir noch in Erinnerung, dass ich als Kind immer mit Gruseln von den vier Augen las, die zwischenstünden und aus der Welt geschafft werden müssten, ich verstand es nur halb, aber um so mehr erregt es meine Fantasie und nun höre ich einen anderen Namen, Wangeline von Burgsdorf. Sie dürfen mich nicht examinieren, erbietete Renate, wollen Sie mehr wissen, so muss das Haupt der Kastalia nachhelfen. Sage, Levin, wie war es? Aber dieser Stadt Auskunft zu geben, zeigte nur, während er die Leinen in seine Linke nahm, mit der rechten, auf das hinter Parkbäumen eben sichtbar werdende Schloss und sagte, der Graf selber mag uns antworten. Wenige Minuten später hielt der Schlitten auf der nach dem Garten zugelegenen Rampe, wo Drosselstein seine junge Freundin bereits erwartete und ihr beim Aussteigen die Hand reichte. So traten sie durch eine Doppeltür in das Empfangszimmer ein. Hirschfeld und Grill folgten. Das Empfangszimmer war ein großer, quadratischer, fast durch die ganze Tiefe des Hauses gehender Saal, hinter dem nur noch ein schmaler Korridor lief. Der Korridor sah auf dem Innenhof wie der Empfangssaal auf Garten und Park. In diesem Saale ließ sich auf den ersten Blick erkennen, daß der Besitzer von Hohenziesa reich und viel gereist und von gutem Geschmack in den bildenden Künsten sein müsse. An der einen Wand hing ein großes Tableau, halb Architektur, halb Landschaft, das alte ostpreußische Schloss der Drosselsteins darstellend. Diesem Tableau gegenüber befand sich das Bild der verstorbenen jungen Gräfin. Grill suchte die rote Rose und fand sie. Er hatte sich die Rose noch röter und die Gräfin selbst noch schöner gedacht, also eine doppelte Enttäuschung, von der die zweite wahrscheinlich nur eine Folge der ersten war. In allen Fensternischen befanden sich Orangeriekübel und Blumentische, während an den drei anderen Seiten des Saales Konsolen von schwarzem Marmor liefen. Auf diesen standen römische Kaiser mit rot eingeschriebenen Namen. Bamme, der schon eine Viertelstunde lang da war, hatte zwei, drei davon gelesen, Gita, Caracalla, Alexander Severus und war dann mit einem Hingemurmelten »Nicht so viel auf einmal« von der Konsolenreihe zurückgetreten. Eine ziemlich dunkle Bemerkung, die sich wahrscheinlich auf seine verwandten numismatischen Vormittagsstudien bei Seitentopf bezogen hatte. Das Gespräch war über Oberflächlichkeitsfragen noch kaum hinaus, als Drosselstein Renaten seinen Arm bot, um diese zu Tische zu führen. Eine zurückgeschlagene Doppelportiere zeigte den Weg in das nebenangelegene Esszimmer. Hier brannten schon, die Gardinen waren geschlossen, zwei achteckige, zierliche Kandelaber und gaben Licht genug, das Zimmer in allen seinen Teilen erkennen zu lassen. In die Stuckwände waren antike Mosaiken eingelassen, Darstellungen von Wild, Geflügel, Fischen, während an der Decke die Hochzeit der Psyche, nach Giulio Romanos gleichnamigen Fresco im Palazzo del Tei zu Mantua, eine für unsere damaligen Kunstverhältnisse bemerkenswert gute Nachbildung gefunden hatte. Bamme sah nichts von all diesen Dingen, desto mehr Grill, dessen natürlicher Sinn dafür im Moldkischen Palais ausgebildet worden war. Renate hatte den Platz zwischen Drosselstein und Bamme, dieser vielleicht von Jugend auf, jedenfalls aber seit den Tagen der Gusertafelrunde fest an dem Satz erhaltend, dass Medisieren das beste Mittel zur Durchbrechung aller bloßen Unterhaltungspräliminarien sei, warf sich heute mit Ungestüm aufs Seitentopf, den er schon mehrere Stunden früher in der Hohenfieser Pfarre bei Vorführung des U-Diens-Wagens zum Opfer für die bevorstehende Diner-Konversation außersehen hatte. Freilich mit schließlich ausbleibendem Erfolg. Ausbleibend, weil er sich, wie der Augenschein lehrte, wieder einmal geirrt oder, um ihn selber zu zitieren, wieder einmal vor nicht ganz richtigen Ohren gesprochen hatte. Drosselstein nämlich war zu vornehmen, um überhaupt viel zu lachen. Lewin und Renate hatten den Justizrat über eben dasselbe Thema besser und mit noch größerem Behagen perorieren und fantasieren hören. Und Bernd, sonst nach Art aller ernster angelegten Naturen ein aller dankbarstes Publikum für Scherz und Heiterkeiten, steckte doch gerade heute zu tief in seinen Plänen, um sich an Bammes Exkursen über die sechs vorgeblichen U-Diens-Vögel ergötzen zu können. Er nahm vielmehr eine flüchtige Pause wahr, um mit einem kurzen Adwurzim-Seitentopf dem ihm gegenüber sitzenden Drosselstein die Mitteilung zu machen, dass er in seiner Eigenschaft als Patron die Verlesung des Aufrufes von der Kanzel für nächsten Sonntag angeordnet habe. Und nun rollte statt des U-Diens-Wagens das Thema Aufruf eine Viertelstunde lang friedlich über den Tisch hin. Bis von Seiten Drosselsteins die mehr oder weniger provozierende Bemerkung gemacht wurde, dass er in dem Aufrufe das Ostpreußische vermisse. Er fühle wohl, dass er durch ein solches Wort den Vorwurf einer gewissen Parteilichkeit auf sich lade, der Geist der Provinzen sei nun aber mal ein Verschädener und die Haltung des märkischen Adels, dem er dadurch nicht zu nahe zu treten gedenke, werde jedenfalls zu sehr durch persönliche Beziehungen bestimmt. Davon wisse man sich in seiner heimatlichen Provinz frei. Ihr Stolz, so schloss er, indem er sich gegen Fitzewitz und Bamme leise verneigte, ist die Loyalität, die Diskretion, die Reserve. Unser Stolz ist die Freiheit. Unter den Händen Donas oder Schöns oder Auerswalz hätte dieser Aufruf eine andere Gestalt gewonnen. Seine Tugend ist die Vorsicht. Er hat den Hofstempel. Was ihm fehlt, ist die Sprache der Gratheit und Männlichkeit. Bamme wollte scharf antworten, bezwang sich aber, um keine Störung aufkommen zu lassen und sagte nur, sonderbar, je nordöstlicher, desto verpflichteter werden wir jetzt. Wir verdanken den Ostpreußen viel, aber noch mehr, so scheint es, sollen wir den Kosaken verdanken. Wir haben sie seit gestern dies, seins der Oder. Haben Sie schon von dem Überfall zwischen Alt-Rosenthal und Treppnitz gehört? Hundert Mann gefangen. Es wird Aufsehen machen. Der Graf war noch ohne Nachricht. Er ließ sich erzählen, folgte mit sichtlichem Interesse den etwas stark gefärbten Bammeschen Schilderungen und war nur schließlich überrascht, sich ohne weiteres zur Herbeiführung nunmehriger gemeinschaftlicher Operationen aufgefordert zu sehen. Nicht mit Tettenborn, sondern mit Chernychef in Person. Sie müssen ins Hauptquartier, Drosselstein, resolvierte Bamme, und zwar morgen schon. Unser eigener Kopfbestand ist in diesem Augenblick besser, als er nach acht Tagen sein wird. Jetzt habe ich noch einen Flügeladjutanten, aber wie lange bin ich seiner sicher? Jede Stunde kann er auf- und davonfliegen, also rasch. Es muss ein größerer Coup unternommen werden und ich habe so meine Pläne. Aber dazu bedürfen wir der Russen. Sie kennen ja Chernychef und alles, was um ihn her ist, von ihren Petersburger Tagen her. Bamme, trotzdem er von den seinerzeit umgehenden Gerüchten gehört haben musste, sprach doch von diesen Petersburger Tagen wie von einer lieben Erinnerung des Grafen und würde noch tiefer in den etwas diffizilen Gegenstand eingedrungen sein, wenn nicht Drosselstein durch rasches Akzeptieren der Mission alles erledigt und zu seiner weiteren Sicherheit an Renaten die Frage gerichtet hätte, wo nehmen wir den Kaffee? Natürlich in der Galerie. Dort, fürchte ich, ist es zu kalt. Gleich viel, die Herren haben die Pflicht, abgehärtet zu sein und ich stecke mich in Muff und Mantel. Drosselstein war es zufrieden, flüsterte da auf dem hinter seinem Stuhle stehenden Diener einige Worte zu und lenkte dann das Gespräch auf Faulstich und Nippler hinüber, deren gemeinschaftliches Kantatenwerk als ein neutraler Boden für die Konversation angesehen werden konnte. Bamme, nachdem zuvor Nipplers Ansprüche auf den Titel eines verkannten Genies untersucht und mit Stimmengleichheit verneint und bejaht worden waren, sprach bei dieser Gelegenheit die Hoffnung aus, dass die Kürze des Textes durch die Komposition nicht wieder in Frage gestellt werden möge. Dieser zugespitzte Satz bot einen guten Tafelschluß. Drosselstein erhob sich und nachdem er seine Gäste noch einige Minuten in dem Empfangszimmer festzuhalten gewußt hatte, bat er sie, wie es Fräulein Renate befohlen habe, den Kaffee in der Galerie nehmen zu wollen. wonen Sie beiden können einen sch 있잖아요, mit weil